Liebe Schützenkameraden und Marketenderinnen des Südtiroler Schützenbundes, mit der Initiative der Woche der Freiheit bekräftigt ihr die Grundsätze im Tiroler Schützenwesen, nämlich die größtmögliche Einheit des ganzen Landes, die Würde und Freiheit des Menschen. Ich darf die Solidarität für unsere Kameraden südlich des Brenners, südlich der Unrechtsgrenze aussprechen. Die Landeseinheit und die Landesidentität wird nicht durch diese Unrechtsgrenze getrennt, denn sie basiert in unseren Köpfen und wird immer auch Teil unserer Herzen sein. Und so wünsche ich euch alles Gute. Schützen Heil!